Hallo liebe Eisfreunde, heute live aus Offenburg. Mit dabei natürlich wieder der Avino Gelato, The Pink Panther. Und heute an Bord, Eiscrämer Oliver. Die J hat heute frei, muss auch mal sein. Ja, wir befinden uns hier in Offenburg, wie gesagt, auf dem Schulfest, Kinderschulfest. Heute am letzten Schultag vor den Sommerferien. Tolle Stimmung, bisschen Musik, bisschen Spiel und Spaß, viele Stände hier im Bürgerpark in Offenburg. Mittlerweile ist es 19 Uhr, wir haben seit 5 Stunden nonstop Eis verkauft, fast nichts mehr da. Aber hier sind immer noch ein paar eishungrige Kinder, die gerade auf mich zukommen. Ich muss wieder in den Bus und wünsche euch noch einen schönen Abend.